So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, wieder eine Folge Max Out Monday, mein absolutes Lieblingsformat. Und ich glaube die Stimme ist sogar wieder ein bisschen besser. Es ist immer noch irgendwas im Hals, der Kehlkopf ist immer noch irgendwie angeschlagen, aber ich glaube es wird langsam. Was war jetzt ein Monat lang, zwei Monate lang theoretisch GoFest-Feeling? Deswegen weltweites GoFest, GoFest Berlin, GoFest Sapporo, GoFest Seattle, Abschluss-Event zum GoFest. Und bei jedem GoFest gab es Icognitos, Shiny Icognitos, diverse Events mit Icognitos hin und her. Deswegen habe ich gedacht, zum Ausklang der ganzen GoFest-Sachen, die jetzt waren, werden wir heute mal ein 100% Icognito Maxen auf Level 50. Tobi hat das letztens auch schon mal gesagt, ich habe gesagt, nee, ich habe keine XL dafür. Ich habe jetzt extra immer mal wieder eine Mega-Lamus-Entwicklung gemacht, das Psycho geboostet ist. Ich in letzter Zeit auch die Mega, guckt mal hier rein, wenn ich hier draufgehe, ich habe so viel zu zeigen gerade. Wenn ich Mega 3 eingebe, dann seht ihr, das sind meine Mega-Pokémon auf Stufe 3 und ich habe theoretisch von jedem bisher eins auf Stufe 3. Das Einzige, was fehlt, ist Mega-Sherox und das kann niemand auf 3 haben. Das ist erst vor ein paar Wochen eingeführt worden. Ihr braucht 30 Tage, um es auf Stufe 3 zu machen, wenn ihr wirklich jeden Tag einmal die Mega-Entwicklung ausführt. Ansonsten, laut Pokedex hier sortiert, haben wir trotzdem die drei Starter. Wir haben hier Bibor, wir haben Taubos, wir haben eigentlich alles, auch Kangama ist am Start. Alle sind auf Stufe 3, alle sind 100%, alle sind Best-Buddy, mit Best-Buddy-Schleife. Es fehlen aber noch zwei Stück, die noch nicht Level 50 sind und zwar Kangama, spawnt ja hier nicht. Und Mega-Sherox ist noch nicht auf 50, baue ich noch Sichlor-Bonbons. Aber der ist ja noch nicht Stufe 3. Das ist also immer angemacht und so weiter. Und dann kann ich euch zeigen, wenn ich mal hier auf Schillern gehe, weshalb es noch ein Muss ist, dass wir unbedingt... Ach, was ist denn jetzt schon wieder? Die Betragung hängt schon wieder, oder? Warum? Warum denn? Warum denn jedes Mal? Es ist immer alles super und jetzt die letzte Folge auch schon Probleme. Warum wir diese Folge unbedingt ein Icognito 100% machen wollen, denn ich habe wieder alle Shiny Icognito komplett. Wir haben das A, wir haben das B, wir haben das C, das D, das E. Wir haben das F, wir haben das G, wir haben das I, wir haben das J, wir haben das L, wir haben das N, wir haben das O, wir haben das P. Wir haben das R, wir haben das S, wir haben das T, wir haben das U, wir haben das V und wir haben das X. Beim weltweiten, ach nee, beim Abschluss-Event jetzt ganz neu gab es ja das Shiny Icognito X. Das hat mir Blauer Blitz 4020 getradet. Vielen Dank dafür nochmal, richtiger Ehrenmann. Und dieses Icognito P hat mir Pokémon Master Jan gegeben, also P-K-M-S, Master Jan. Beim Pokémon Master Jan bekommt von mir alle Shiny Icognito Ultra Beast Buchstaben für dieses eine P. So wichtig war mir das. Der bekommt also U-L-T-R-A-B-E-A-S-T. Obwohl A und T ja natürlich doppelt sind. Weil Pupsi sammelt ja auch immer mit. Und die Go-Feste werfen viel ab. Und für dieses P, für diesen einen Buchstaben, hat er gleich dann 100 Buchstaben zurückgekriegt. Ich sage jedes Mal, wenn jemand was hat und sich wirklich davon trennen möchte, meldet euch, sagt Bescheid, sonst was. Ich bedanke mich, ich bin wirklich, ne? Ich sage nicht einfach, ja, kriegst du einen Raupi dafür, fertig. Obwohl Raupi müsste eigentlich reichen. Nein, ich bin da wirklich, ich überschütte denjenigen mit Ruhm und Ehre. Jetzt möchte ich aber meinen Titel-Pokémon pushen. Und zwar vier Sterne, müssen wir mal wieder eingeben, vier Sterne und Icognito. Ich habe zwei Stück. Wir haben dieses hier in 100%, ein U. Aber noch cooler finde ich sogar dieses hier, dieses I, was aussieht wie ein Strich. Das ist vom 7.10.2017 und wer mal zurückguckt, da war Safari-Zone, glaube ich, immer da abwechselnd. Da war was in Prag, da war was in Gera, da war was in Oberhausen. Damals gab es so viele Sachen und wir waren damals live vor Ort in Prag, Tschechische Republik. Wir haben mit einer Map und einem WhatsApp-Bot, den damals der Kollege vom Hong entworfen hat, der Philipp, die original, legendäre Münchner Map vom Philipp, der dann auch für Prag extra eine Map und einen Dienst entworfen hat, dass dir das gesagt hat, wenn irgendwo was aufgetaucht ist und damals hat noch keiner gespooft, da bist du vor Ort rumgefahren und alle sind ausgerastet. Die Straßen waren voll, weil die Leute gepurcht haben nach 100% Pokémon. Das ist also ein richtig besonderer Moment gewesen. Das habe ich damals schon auf Level 40 mal gepusht und heute möchte ich das auf Level 50 pushen. Das kriegt insgesamt also nochmal 154 WP dazu und kommt auf 1339. Leider nicht auf 1337, das wäre noch perfekt. Das ist das Titel-Pokémon für heute, Level 50, 100% Ikognito. Und jetzt habe ich natürlich wieder Vorschläge aus der Community, denen ich nachgehen möchte. Dazu gehen wir mal direkt hier rüber. Das ist sortiert auf Neueste zuerst und wir wechseln mal hier runter, schauen, was haben wir noch nicht, was können wir noch machen. Ryan, eins wie immer. Nick, sehr geiler Skunk-Tank, Max-Out. Vorschläge heute sind Rift Zeppli oder Barnett. Barnett wäre auf jeden Fall cool, da Barnett ja jetzt auch eine Mega-Entwicklung noch bekommt. Barnett würde sogar funktionieren. Ich würde sagen, wir maxen einfach jetzt Barnett schon mal in Vorbereitung auf die Mega-Entwicklung. Ich denke mal, spätestens im Oktober wird Mega-Barnett in die Raids kommen. Der wird gemaxed, 2599, kriegt auch den Level 50 Tag hier. Also ein Titel-Pokémon von mir, fünf Pokémon, die ihr vorgeschlagen habt. Das ist das erste vier Stück fehlen noch. Ich komme mir vor wie Sissurprise mittlerweile. Barnett ist gemaxed. Der echte Ezio wird bestimmt ein gutes Video. Meine Vorschläge sind, Quajutsu oder Fuegro dürften beide schon sein, oder? Quajutsu ist auf 50 mit 3001. Fuegro, Hammer. Auch auf 50. Würde natürlich irgendwann eine Sieder-Tage kriegen, aber kann man ja über Top-Lade-TMs dann handeln. Sarina sagt, Henry meine sicher Frostelga statt Frostelga, aber das ist ja kein Vorschlag von mir, also gehen wir weiter. Der Boss Basti, mach bitte mal ein Regigigas. Eigentlich habe ich am Anfang, wenn ich irgendwas mache, immer diesen Bildschirm hier drauf. Wenn ich vier Sterne eingebe, ich gehe immer nach WP sortiert, dass ihr auch gleich die WP-Höchsten-Pokémon seht. Da ist Regigigas auf dem zweiten Platz. Warum? Weil Regigigas 100% gemaxed ist auf 4913. Deswegen habe ich zu ihm auch geschrieben, Augen auf. Denn wenn man das nicht mitgekriegt hat, müsste man vielleicht erkennen, dass hier eins ist. Obwohl, wenn man die Maximal-WP nicht kennt, weiß man natürlich nicht, dass das das ist. Es fehlen also immer noch vier Vorschläge. Jan Tobias. Das Azumaril wäre so oder so nicht für die Superliga geeignet. Wegen den IV, waren keine PvP-IV, muss ich mir nochmal eins machen. Der echte Ezio, wie kommt man auf dein Telegram? Links stehen immer in der Beschreibung. Baloo. Soda Cheetah oder Tendanel oder Voltula oder Mantax. Soda Cheetah. Das fehlt. Das machen wir jetzt einfach, weil das fehlt noch. Wir haben Grill Cheetah. Wir haben Veggie Cheetah. Was? Wir haben nur acht. Was ist das denn los? Wir haben nur acht XL-Bonbons. Okay, dann können wir es nicht machen. Hä? Aber Grill? Grill ist auf jeden Fall fertig. und Veggie ist auch fertig. Soda fehlt leider. Ten Tantel hat er vorgeschlagen. Ten Tantel ist, glaube ich, auch schon gemaxed auf 50. Es hängt schon wieder hinterher, dieses Drecksbild. Voltula oder Mantax? So, da gehe ich nochmal zurück. Gucken wir mal nach Voltula und Mantax. Ich gucke erst nach Mantax. Mantax ist auch auf Level 50. Ist schon gemaxed. Würde also auch nicht funktionieren. Voltula. Voltula ist nicht gemaxed. Voltula fehlen aber die XL-Bonbons. Habe ich nämlich 172 nur. So. Weiter. Baloo, leider diesmal nichts dabei. Sorry. Anton Santana. Mein Vorschlag ist Geweyer. Wir gehen also wieder hier hin. Geweyer. Ihr wisst das, wenn wir was maxen, natürlich immer die Weiterentwicklungen maxen, ja. Also guckt mal auf Mastgeregen und sehen, Mastgeregen ist auch auf 100% gemaxed. Haben wir Raiffeier Nick. Flitjamo oder Moterbel? Flitjamo. Flitjamo. Flitjamo haben wir hier. Ist schon gemaxed. Moterbel. Moterbel, Moterbel. Das ist Moterbel, ja. Passt aber nicht. Wir haben nicht genügend XL-Bonbons bei Moterbel. Also reif. Leider auch nicht. Jochen sagt Kikli oder Ursaring oder Palim Palim Mexen. Wir gucken mal nach Kikli. Kikli, 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 Kikli. Kikli. Passt. Guck mal, Nocchan ist sogar schon. Kikli kommt jetzt also dazu. Kikli auf 2912. Gemaxed. Level 50. 100%. Machen wir auch den Tag dran. Dann fehlen immer noch drei Vorschläge. Mein Vorschlag ist Charnera oder Pummeluf, sagt der Speed Lion. Charnera weiß ich, haben wir auf jeden Fall gemaxed. Also Hytera bei Knuddeluf müsste man gucken. Knuddeluf haben wir noch nicht gemaxed. Knuddeluf können wir maxen. Machen wir das auch. Kommt auf 2178. Würde passen. Kriegt jetzt hier auch den Level 50 Tag. So. Zwei Vorschläge sind noch offen. Rocketrasierer zockt, sagt Farb-Igel. Farb-Igel bin ich zwar froh, dass ich einen 100er habe, aber ich habe immer noch nicht genügend XL-Bonbons. Das ist... Ihr könnt ja nur einmal am Tag, habt ihr die Möglichkeit, das zu bekommen und dann wirft das auch so gut wie nix ab. Deswegen, das wird auch noch brutal. Mein Vorschlag ist Soda-Chi da, sagt der Kai. Haben wir gerade geguckt. Geht leider nicht. SDR. Vorschlag wie letzte Woche, Scaraborn oder Tauros. Scaraborn und Tauros. Scaraborn hat... ...zu wenig Bonbons. Tauros... ...hat... ...zu wenig Bonbons. Geht leider auch beides nicht. Ja, aber Mega-Scaraborn wird ja auch irgendwann noch kommen. Elke, nicht Frostelga. Da war sicher Tanzers weitentwicklung Frostelga gemeint. Lostlift. Ich denke, Henry meint ja nicht Frostelga, sondern Frostelga. Die Entwicklung von Tanzer. Ja. Benjamin Engel. Ich würde... ...würde ich an deiner Stelle nicht machen. Die Kampflieger-Pokémon-Maxen, die du benutzt, musst du dir dann wieder separat hochziehen. Dann schlage ich wieder Krypto-Dragoran und Krypto-Bruderlander vor, einen der zwei zu maxen, wenn du gute IV hast. Ja, aber... ...habe ich einen Hunder da? Ich glaube nämlich nicht. Bildschirmüberträgen... ...es hängt schon wieder hinterher. Ist das das Internet? Kabel Deutschland? Wo davon? Was macht ihr mit mir? Guck, da ist kein Krypto dabei. Bei Dragoran. Aber ein normales Hunder da. Es hängt schon wieder. Normales Hunder da ist gemaxed. Krypto noch nicht. Bruderlander können wir kurz gucken. Ist auch kein Krypto-Hunder da dabei. Aber... ...wir haben gemaxed. Hier dieses Lucky, Shiny, 100%ige. Benjamin lasse ich also mal aus. Ich würde auf die Vorschläge dann eingehen, wenn vielleicht wir zu wenig haben. Miku. Meine Vorschläge wären Zobiris, Irokex, Galaflunschleg. Zobiris auch. Eins, was eine Mega-Entwicklung bekommt. Wir gucken zuerst also mal auf Zobiris. Hey! Zobiris ist schon gemaxed. Wusste ich gar nicht mehr. Selber nicht. Irokex. Guck mal da drauf. Irokex ist auch schon gemaxed. Auch schon auf 50. Also Galaflunschleg. Habe ich da überhaupt einen Hunder da? Fl-H-U-Flu. Galaflunschleg. Das ist Galaflunschleg. Und wir haben zu wenig XL-Bonbons. Wird also leider auch nichts. Weiter. Laurin Zobler. Forschlack. Von mir ein Dummisel. Gucken wir mal nach Dummisel. Aber da müsste eigentlich schon eins da sein, was eckig heißt. Ja. Ist also auch schon gemaxed. Geniale Folge sagt der Pognu. Ferney, meine Vorschläge wären Soda-Cheater, Drift-Zeppli oder ein Shundo-Sherrux. Äh, dein Shundo-Sherrux. Shundo-Sherrux fehlen ja noch XL. Soda-Cheater geht nicht. Drift-Zeppli können wir machen. Drift-Zeppli haben wir auch schon gemaxed. Das heißt, das erste Mal, dass wir alle Kommentare durch sind, immer noch zwei offen sind und wir theoretisch wieder von unten anfangen, doppelte Vorschläge abzuarbeiten. So. Drift-Zeppli oder Banett ist beides abgestimmt. Abgestimmt. Äh, abgehakt. Also, wir hätten jetzt Drift-Zeppli gemaxed von Nick, aber haben wir ja gerade gesehen, ist ja schon. Mhm. Regi Gigas, Azumarill nix, Telegram, Voltulamantax, ist alles zu wenig, haben wir gesehen. Gehweier, boah. Das heißt, Anton, jetzt greift die Sonderregel. Wir haben ja Maskeregen schon gemaxed, aber weil wir unten wieder anfangen, kommt jetzt doch Gehweier dran. Gehweier, Maskeregen ist gemaxed, hey, und Gehweier, muss jetzt auch gemaxed werden auf 894, Level 50, ey, ganz mies. Warum waren dann nicht mehr Vorschläge da? Warum waren dann nicht... Wo waren die Leute, die sonst immer so viel... Jetzt müssen wir schon anfangen, Vorentwicklungen zu maxen. Das ist aber gemein. So, Fletiamo, Mutterbel. Mutterbel ging nicht, Fletiamo war schon. Jochen, eins fehlt ja wie gesagt noch, Ursaring, Palim, Palim. Vielleicht hat Jochen jetzt den entscheidenden Schlag. Ursaring, Ursaring, Ursaring funktioniert, Ursaring können wir maxen, Ursaring auf 3329, das ist das letzte Pokémon, wir machen auch hier direkt Level 50 Tag dran, danke Jochen, dass du drei Vorschläge gemacht hast, in deinem Kommentar, und wir sogar zwei Sachen von dir maxen konnten. Ursaring, das letzte Pokémon für heute, ansonsten, würde ich sagen, wir zeigen nochmal das E-Cognito, machen das auch hier nochmal drauf, dass man das sieht, das ist also unser Titel-Pokémon für heute, richtig geniale Folge, mir hat es Spaß gemacht, schreibt wieder Kommentare unter dieses Video, was ist euer Lieblings-Pokémon, was ich mal maxen soll, oder habt ihr aufgepasst, welche Pokémon sind noch nicht gemaxed, können gemaxed werden, wenn ich ein 100% habe, von diesem Pokémon, und genügend XL, dann maxen wir das, aus euren Vorschlägen heraus, ein Pokémon bestimme ich selber, als Titel-Pokémon, und fünf Vorschläge von euch, werden der Reihenfolge nach, abgearbeitet, ihr seht von wegen, wenn ich immer die ersten nehme, hat man gar nicht, die Möglichkeit dran zu kommen, wir sind komplett alle durch, weil manche gar nicht gingen, viele doppelt waren, also schreibt wirklich Kommentare, lasst euch nicht entmutigen, dass ihr gar nicht dran kommt, wir sind alle durchgegangen, hatten wir auch noch nie, jetzt ist es soweit, denn je mehr ich maxe, desto weniger bleibt ja übrig, was noch passt, schreibt es in die Kommentare, das war es von meiner Seite aus, heute Abend chill mit Ramses, 20 Uhr bis dahin, Peace out, vorhaut euer Ramses, achso, nee, warte, jetzt, bis jetzt, mitrai, wie, jetzt, Vielen Dank.